was bei den göttern und allem anderen habt ihr hier in meiner festung verloren ihr habt doch nix im angebot absolut nix ich meine das ding heißt magie schmied und der hat nur drei publik gefallen im angebot so was ist mit dir zeig mal was du anzubieten hast wie track gehirne uga blut trollhaut also das wie track gehirn nehme ich mal die stegger zähne auch das oga blut nehme ich auch er weckt das holz ist immer gut gefäß knochen trollhaut das kann so behalten vielleicht habe ich aber dem händler in der burg was verkauft an meinen entschlossenheit schrift rollen wenn ich weiß ich nicht mehr weiter ich möchte mich gucken dass ich 20 entschlossenheit zusammenkriege für diese aktion ganz ehrlich wie viel entschlossenheit naja ich habe hier den ring der macht zwei entschlossenheit den krieg man so oder so das war ja die eine quest hier hätte ich halt was was mir meine entschlossenheit um drei steigert ich habe aber sonst nichts was entschlossenheit steigert oder mit so was entschlossenheit ziemlich stark steigert regeneration macht schlossenheit plus 1 nein das bringt mir nichts abwehr abwehr tapferkeit fernläufer fernläufer bischof bonus athletisch gewandtheit abwehr 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 du hast nur da entschlossenheit plus 1 das bringt mir auch nicht viel ich habe die eine rüstung die macht bei den schlossenheit auf drei hoch um drei hoch auf 14 ich kann rasten dann bin ich auf 17 ja wenn ich noch so eine schriftrolle finde die den schlossenheit um fünf um drei steigert dann dürfte ich auf 20 sein und dann hoffe ich mal dass das reicht für diese blutopfer quest hast du uns eigentlich noch was zu sagen mein fürst mir sind fürchterliche dinge zurückgekommen ich fürchte sie würden nicht zurückkommen ist es wahr gibt es tatsächlich aufstehen den trotzbruch und stimmt es dass er war wolfsgrinsen erschlagen worden ist ja und ich werde taus für seine taten büßen lassen das werden sie gewiss mein fürst und das hat er auch mehr als verdient mögen die götter in seiner schritte verheeren zuerst bin ich froh dass sie unverletzt sind ich kann nur hoffen dass sich trotzbruch erholen wird wie ist der zustütz der burg nachrichten über keith nur verbreiten sich weit und breitig regnet damit dass wir schon bald besuch aus einem teil der welt bekommen es ist ich kann gar nicht sagen wie wunderbar es ist diesen ort wieder in alten glanz zu sehen vielen dank mein fürst diese burg spielt nur das wieder was sie für uns getan haben also ein monument wenn man so möchte ich habe sie auch doch hoffentlich nicht zu lange warten lassen ich werde ihnen meine berichte erstatten ja da ist die varias unterwegs so du zeig mir deine ware trakte starken erholung stand trank trank und schrott und camping bedarf und was haben wir hier alles drin erst einmal haben wir eine hirschhaut und jede menge und jede menge geld das sieht gut aus weil wenn ich hier schlafe kriege ich entschlossenheit nur plus drei das wird nicht reichen ich kann aber trotzdem mal rasten so also was jetzt kupfer weg und versuchen dort entschlossenheit schriftrolle zu finden oder dürfurt und versuchen dort nicht entschlossenheit schriftrolle zu finden oder mal kurz gucken kann die ringe stopp göttlicher schrecken zweifel sehen göttliches mal abwehr siegel schläge der niederschlagenden mal aus auf versengendes siegel große ausdauer wieder herstellung nein das war die tolle säule reinigende flamme und allauf kann sowas sicherlich auch nicht oder alle auf zauberbuch flammen strom verschlummern dimensionswechsel eisenhaut kleine zauberbuch prägung verwundbarkeiten bloß steuerkader dämpfer geringe fäule gnadenlosen starren fesselndes netz verblüffelndes spektakel durch der verdunkelnden sicht ein öl duplikate des zauberers flinke füße hieb der tausend schleier nein ok speed gang wir reisen nach trotzbucht dann mache ich vielleicht zuerst das kopf geld bevor ich mich in zwillings ulm weiter um sehe du bist stufe 8 kann er dich haben wir lange nicht mehr gelevelt kupfer weg das wäre der einzige ort der mir jetzt gerade einfällt wo ich was kriegen würde und wenn nicht dann habe ich dann so keine ahnung ich habe mich gerade doch ich habe gerastet also ja das wird meine lehre sein für zukünftige spiele ich mache meine entschlossenheit definitiv mindestens auf 13 vor allem als paladin und ja ich habe den entschlossenheitsbonus ja immerhin 16 entschlossenheit hier ist es eigentlich dermaßen friedlich flüchtlinge laufen rum gemeine die brauchen wir nicht ich brauche hier den markt genau dann hoffen wir mal dass dieser markt mehr hat lora zeig mir deine wahren schrift rollen ok schriftrolle der kapferkeit des schutzes eschenholz kam mir beschwert eine delimgarn trank der großen ausdauer erholung macht nah dran zeig mir mal deine wahren du hast nur fallen ist auch ok zeig mir mal deine du hast nur essen justizia gemeiner hilde da ist sie wieder zeig mir was du zu verkaufen hast nix ich weiß es gibt solche schriftrollen ich hatte ein paar und ich ich hätte auf jeden fall rollen die intellekt steigern aber ein intellekt von 20 kriege ich niemals zusammen jetzt gucken wir mal kurz hier bei ihr hier was sie noch hat zeig mir du deine wahren nein du hast auch nur einen trank tränke das hilft auch nix nö wer bist du mein held der nordjahrschaft sagt dass du die hast ohne dich hätte die expedition niemals nach hause zurückkehren können danke wir werden die etappe vom mühen nicht vergessen ach so das waren die aus der nordlandschaft die leute hier die seelen die übrig geblieben sind sind immer ein bisschen creepy aber langsam verpächt niemand mehr ein wo ich entflossene schrift rei kaufen könnte totaler krieger ist angekommen zu nach arbeit beinahe wurde er auf der straße von räubern überfallen totaler patrouillen konnten einschreiten ein brutaler krieger könnte ein rausschmeißen und dafür den brutalen krieger anheuern der bringt immerhin plus drei zwei will werfe ich denn raus wir bringt nicht viel sind auch man bringt ziemlich viel lassen wir den vorwut soldaten und holen uns den brutalen krieger ja gut wer könnte noch tja dann bleibt eigentlich nur noch die alchemistin in dürfurt da können wir auch gleich die kopfkätige aufgabe machen in den ruinen das gucke ich aber noch mal kurz hier rein und vielleicht der wird hier noch ein paar schrifträume übrig hatte ich immer verkauft habe oder bei es beim pitchen zurückgesetzt wurde die jetzt heulen darf wir fände mich echt langsam kein anderer ort mehr ein höchstens am hafen irgendwo zeig mir mal was du hast nur essen okay war ja auch nicht anders zu erwarten da hätte ich jetzt drei punkte mehr entschlossenheit oder wenigstens zwei punkte mehr wäre ich auf 13 mit der plus 3 rüstung wäre ich auf 16 und mit dem brasten wäre ich auf 19 das würde vielleicht sogar gerade so reichen aber na gut dann speichere ich jetzt erst einmal wieder war nur eine kurze aufnahme zwischen weil ich immer noch nicht noch ein bisschen zeitprobleme habe lp27 speichern und dann sehen wir uns bald wieder